Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir stehen gerade vor dem Pfützerhof, wollen die Maschinen ausliefern. Mal gucken, ob wir hier reinkommen mit dem guten Stück. Der Herr Kostlowski tut Gott sei Dank gerade für uns mit Wamblinganlage die Straße ein bisschen blockieren. Da können wir jetzt hier in Ruhe wenden und dingsen. Wir müssen nur aufpassen, der läuft natürlich hinten brutal nach. Aber das sieht ganz gut aus. Soll ich dich einweisen, Manu? Was geht das? Es sollte funktionieren, der lenkt ja richtig gut mit. Der Fieber von Sie? Ich. Okay. Das ist nur die Frage, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu sehr links fahren, weil der natürlich beim Einlenken hinten auch ausschert. Der muss auch hoflos. So, gut. Wieder speichern, ich kotze hier ab, ey. Das geht mir so auf den Piss. Mh, so. Okay, dann würde ich sagen, hier ist ein guter Platz, um die Geräte abzuladen. Das sollte passen. Dieses Speichern von dem Server regt mich so auf. Fertig jetzt. Ja, so, perfekt. Gut, dann einmal, ups. Das gute Stück ab. Fahren wir den LKW beiseite und dann soll das passen. Guten Tag. Hallo. Na ja, Tristan. Eine Lieferung. Wie kommen die denn jetzt schon? Hä? Man sollte hier denn kommen. Eigentlich nur gar nicht. Deswegen, ja, das wird mir auch klar, wo die 500.000 hin sind. Alles gut dann. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Der Harak hat gesagt, irgendwie bestellt und soll abgeholt werden und gemacht werden und geliefert werden und tralala und ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich könnte das dann hinkommen, ja. Der hat den Konten gelegt, dass die Maschinen da sind und dass die hierhin sollen. Ach so, ja gut, dann kam die eher an. Wir hatten eigentlich einen anderen Abmachung, aber okay, passt. Was war das? Okay, na ja, gut. Äh, Moment. Das denn überhaupt? Äh, das war ich auch gerade wissen. Erkläre ich euch gleich. Und Gott war auch mal eine Säge in der Hand. Muss ich jetzt Angst haben? Sichtig. Äh, du nicht, nein. Er telefoniert gerade. Okay. Äh, oh. Er fangst noch stärker. Okay, ähm, gut, perfekt. Also wie gesagt, das sind die zwei neuen Geräte. Moment. So, Vorsicht, das ist Hightech. Hightech, wie sie es noch nie gesehen haben. Ein vollautomatischer, autonome Feldgrubeer. Also Chef, der Motor klingt wie vom C-Tor. Wo ist die Technik? Der macht mir den Schmetterling. So. Okay. Gut. Was hast du da gekauft? Ja, nicht mit der Arbeitsbreite. Weiß ich, das weiß er wahrscheinlich selber nicht. Ähm, hat das gar nicht abgesprochen? Wir wissen von nichts. Das ist der neuste Schrei. Aber wisst ihr, was der große Vorteil ist? Er kann euch jetzt entlassen. Hahaha, die arbeiten nämlich automatisch. Mit drei Meter Arbeitsbreite. Das ist ja egal, die arbeiten aber 24 Stunden. Okay. Ja, gut. Aber Urlauber. Was darf, oder? Nein, keine Ahnung, was der Herr Friesi vorhat. Das weiß ich nicht. Aber das sind auf jeden Fall die neuen Maschinen. Und die sind tatsächlich autonom. Das heißt, die arbeiten selbstständig auf dem Feld. Äh, mit neuster GPS und Funktechnologie. Und ach, alles was dazu gehört. Ne, da haben sie ein Kilometeriges Handbuch dabei. Da können sie sich mal reinfuchsen. Hat Harin mir schon alles ausführlich erklärt. Er war hier beim Hof. Ach, der hat schon alles erklärt? Ja, der kam mit einem Vorführer vorbei auf dem Feld. Wir haben da gemacht und getan. Ich weiß, wie das funktioniert. Äh, dann würde ich noch, okay, ganz kurz. Äh, dann müssen wir noch das andere klären. Ähm, da ist, äh, 300. So, eine Sekunde. Da sind auch Sähmaschinen dazu. Von Erntemaschinen. So, Herr Fritzel? Ja. Dann wird man nochmal 237.600 bekommen. Ja. Und zwar sind das einmal... Oh. Die Steuern und die Beteiligung. Mhm. Wir müssen ja auch angemeldet werden, weil die Autonomen sind oder... Nicht das so wie bei anderen Geschäften hier in Schwarzen Ding da irgendwas angemeldet wird. Achso, nee, warte ganz kurz. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Wir würden nochmal bekommen... Moment. Äh, Moment, Moment, Moment. Äh, nicht der... Ich wollte dir jetzt nichts Falsches erzählen. Das war nämlich ein bisschen... Ich kann mir selber ein bisschen viel vor, wenn ich ehrlich bin. Aber du hast gesagt, du hättest wahrscheinlich einfach bezahlt. 176.880. Ich glaube, du solltest da nochmal mit Harry reden. Warum? Weil wir da eigentlich ein Deal ausgemacht haben, dass ich die Prozente nicht bezahlen muss. Die, äh... Warum? Äh, weiß ich nicht. Das hat den Deal hat er mir gemacht, weil ich zwei genommen habe und hin und her. Ist jetzt kein... Ist jetzt kein Flax, ruf ihn vorher an. Ist wirklich so. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Hm. Der kriegt trotzdem 95.000 Steuern erst mal. Ne, warte mal, dann kläre ich das erst mal, äh, ab. Also das ist... Ja, klar, das kläre das nochmal ab. Aber das kann ich mir beim besten wenig vorstellen, weil warum sollen wir was ohne Prozente verkaufen? Das wäre ja komplett... Das hat er so zu mir gesagt. Ja gut, aber... Ich weiß nur nicht, welche Prozente der da jetzt meinte. Er sagte nur, äh, Fritz, dann brauchst du die Prozente nicht bezahlen. Ich dachte, ja gut. Okay, das ist wirklich sehr komisch. Dann klärt ihr das vorher ab. Von mir aus nimmt sie vorher nochmal mit. Also ich will euch jetzt hier nicht verarschen oder so. Also nein. Hey, was ist denn jetzt? Weil wir sehen, wir die Dinger jetzt mal am Einsatz. Ne, wahrscheinlich nicht, weil der Boden gefroren ist. Genau. Richtig. Scheiße, gut, dann verpissen wir uns wieder. Gut, dann ist das ja ausgeliefert worden. Wenn du aber möchtest und der Boden ist nicht mehr gefroren, und wir fangen an, kann ich dich gerne dazu. Und wenn du das mal sehen möchtest. Ja, natürlich, das wäre super. Müssen wir mal schon angemeldet werden, oder? Ja, natürlich. Du bist wie Liv. Ja, nicht, dass sie dann plötzlich nicht nachgezahlt werden. Jetzt sieht ihr, das war eine Story. Wir waren letztens einkaufen. Meine Freunde, äh, letzten, sag ich, vor Jahren einkaufen. Meine, äh, Verlobte gibt, äh, verheiratete Frau gibt 50 Euro ab, kriegt 60 wieder und sagt, ich hab ihn doch schon 50 gegeben, wie kann ich 60 wieder kriegen? Man hält die Schnauze, nimmt die 60 und geht! Ja, wenn du das meinst. Ja, das ist doch nicht das Problem, wir haben das Freie. Aber sowas würde ich, aber sowas würde ich zum Beispiel auch nie machen. Und, und, und wie lange hat es beim Landhandel gedauert, bis das rauskommt? Die arme Kass... Oh mein Gott. Du wolltest mich mit den Prozenten jetzt verscheißern? Nein, wollte ich nicht. Aha. Was hat beim Landhandel gedauert? Ach so, du meinst mit den Dings, ja. Ähm, äh, nichtsdestotrotz hätte ich das aber auch nicht gemacht, weil die Kassiererin im Zweifel das Geld ja dann drauflegen muss. Und die hat ja sowieso jetzt nicht das üppige Gehalt. Weil Lidl verdient man gut, hab ich gehört. Als Festangestellte, ja. Ja. Hm, wer ist das noch? Gut, äh, nichtsdestotrotz... Auch leider waren. Herr, äh, Koslowski und Herr Gutmann, wenn... Kann ich Sie nochmal im Landhandel später sprechen? Natürlich. Wir haben ja jetzt Urlaub, wie ich gehört hab. Ach so, ja gut, dann könnt ihr mal einen kleinen... Oh, Kustav. Urlaubsausflug, Mann. Wie? Fritz, er hat irgendwas von... Ja, Chef? Ja, Chef, Miguel, mit geh einfach mit jetzt, geh. Miguel, behalte ihn, ey. Was denn soll ich jetzt echt für Sie behalten? Aber Gustav, du bist ja kein Gegenstand, du bist ja ein... Mensch. Ja, das... Das hab ich mir schon lange abgewöhnt. Aber fahren die Gegenstand, sei nur das Mensch. Ist man aus einem? Okay. Es tut mir leid, Gustav. Ich stelle mir alles schon zu wissen, ne? Die fahren tatsächlich autonom, ja. Das ist so. Also die stellt man aufs Feld ein, die messen das quasi das aus, das Feld, mit den GPS-Daten und so weiter. Und dann machen die da komplett... Aber braucht man da nicht trotzdem noch Fachleute, die das dann überwachen? Ja, also man braucht natürlich dann anderes Personal. Man braucht kein Personal, was auf dem Trägersitz und Pferd, ne? Aber man braucht natürlich Personal, die sich mit der Technik auskennt. Siehst du denn, hat Gustav doch keinen Urlaub, macht da eine Fortbildung? Und dann ist er der Fachmann. Ja, gut, aber man braucht natürlich, bedeutet weniger Personal, weil einer kann ja mehrere solche Maschinen, äh, 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 instatthalten. Ja. Braucht man ja nicht für jeden einen, ne? Also, ja, aber, äh, das kennt ihr die... Das weiß ich ja nicht. Gut, ähm, ähm, meine Herren, wir sehen uns ja gleich nochmal am Landhadel, ja? Das ist super. Jo. Jo, tschüss. Achso, äh, Herr Wagner? Herr Schmitz? Ja? Ja. Äh, wenn Sie möchten, können Sie sich ja von dem Fritzl auch mal hier den Hof zeigen lassen. Ich glaube, Sie waren ja hier, sind ja hier das erste Mal, ne? Äh, jo. Vielleicht war ich vorhin schon mal da, aber ich kann mir trotzdem mal zeigen lassen. Genau, dann zeigt Ihnen bestimmt der Fritzl mal den Hof hier. Thomas, ich fahr nochmal Richtung Ehrlichhof, ne? Okay. Auf geht's. Alles klar. Warum? Tel, was willst du am Ehrlichhof? Ich weiß nicht, die Christel hat mich gerade angerufen, die meint, die hat noch selbst gebrannten zu Hause. Okay, äh, viel Spaß mit Christel und danach mit Gustav. Also, nee, so nicht. So nicht. Einfach nur noch eintränken. Ja, achso, du machst nur, achso, du machst nur die richtigen, äh, an, die so richtig liiert sind, die halt so halb liiert sind. So eine offene Beziehung, die, die sind nix für dich, ne? Du willst richtig den Zerstörer machen, oder? Ja, weil die sind auch verlobt. Okay. Äh, äh, Gustav und Ernst, ist alles in Ordnung mit eurem Chef? Das kennen wir gleich, wir wissen es noch nicht. Ja, ich, ja, ich glaub, da müssen wir alles bereiten. Okay, ich wollte euch natürlich jetzt hier nicht in die Scheiße reiten, das tut mir sehr leid. Alles gut. Hätte ja fast nicht geklappt. Aber regt der, tut der abgebrochene Zwerg sich wieder aufregen, oder was? Wir werden's gleich merken. Der ist ja wieder fixi fertig. Sag dem, nehmt dir mal das Energy weg, das regt viel zu sehr auf. Gebt dir mal einen Tee. Mag einen Damen-Tee, oder sowas. Alles klar, ne? Nio. Tschüss. Okay. Tschüssi. Oh, nee, ist das immer herrlich, ey. Wie der sich aufregt. Oh, der fahrt da jetzt hier an das Auto, das seh ich doch jetzt von hier. Nee, das wird nix. Jopp. Ja. Warum regt der sich denn immer so auf? Wie kann man denn nur so, wie kann man denn nur so ein emotionaler Mensch sein? Ich weiß es nicht. Ich mein, ich reg mich ja auch immer auf, aber ich reg mich ja auch schnell wieder ab. Das stimmt. Fahren wir nochmal runter zum Händler, den Arlinger wegbringen? Ja, das können wir machen, tatsächlich, ja. Ach, Jupp. Das wäre super, dann kannst du mich nämlich auch da rauslassen. Ja, warum? Achso, du bist in der Auto dort. Ja. Okay. Gut, Jupp, ich möchte einfach mal sagen, ich bin so froh, dass du am Landhandel bist. Ja, ich weiß dich sehr, sehr zu schätzen. Hier bleibt ja auch nix anderes übrig. Jetzt seid da nicht wieder so. Ich wollte hier... Entschuldigung. Aber danke. Bitte. Malz, die kommen nochmal hoch zum Landhandel? Der Gustav und der Ernst? Ich, äh, tatsächlich denke ich schon. Soll ich dir was sagen, wenn wir die als Mitarbeiter gewinnen würden, das sind... Also, guck mal, wie die sich da unten behandeln lassen. Die würden am Landhandel das Leben auf Erden haben und soll ich dir was sagen? Äh. Soll ich dir was sagen? Das wären, glaube ich, die treuesten Mitarbeiter, die wir je finden würden. Weil es denen so gut gehen würde, die würden so richtig, die würden gut behandelt werden, die würden nicht... Fahre nicht, nie auf die Schienen hier, sag ich dir. Die sind manchmal total rutschig. Das stimmt. Ja. So. Aber, äh, ganz ehrlich, mit diesen, mit diesen Maschinen... Erstens, was macht Harald aus, von dem wir nichts wissen? Ja, mit den Prozenten. Ja, erstens mit den Prozenten. Warte, Miguel, warte, Miguel, du musst mich hier rauslassen. Da hast du recht. Das hast du gesagt. Weiter, dann machen wir einen Funk. Wo war... Ach da. So, bitteschön. Dankeschön. Und, auf geht's. Ja, erstens mit den Prozenten, was er da macht und tut. Und zweitens, ähm, auch mit diesen Maschinen jetzt, äh, mit der Auslieferung. Da scheint ja noch gar nicht dran gewesen zu sein oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich, weil, ich wusste generell überhaupt nichts von dem Geschäft. Ja, also, ich wusste halt auch gar nichts. Also, ich hab nur den Zettel gelesen, oben. Toste drauf. Die Maschinen stehen da und die müssen zu Fritzl. Ja, ganz groß, Kino. Mehr wusste ich jetzt auch noch nicht. Hm. Das ist ja blöd. Allerdings. Vor allem für uns beide jetzt. Ja. Na, jetzt haben wir das da ausgeliefert. Jetzt haben wir da vielleicht wieder Stress gemacht, den wir gar nicht, äh, machen wollten. Äh, oder verursacht, den wir gar nicht machen wollten, weil der Kleine sich wieder aufregt, wie ein Großer. Richtig. Na, super. Na gut, äh. Naja, witzig war's ja trotzdem, fand ich. So. Das stimmt allemal. Da musste ich ja heilen. Oh, schau. Gott, ey, wieder Skill-Punkte. Zehn von zehn, Leute. Es ist unglaublich. Ist der absolute Wahnsinn. Miguel, wenn's einer drauf hat, dann du. Auf jeden Fall. Ah. Gut gemacht. Oh, Bella, meine kleine fleißige Biene, ey. Woo. Ah, da kann ich jetzt den Dings noch runterfahren. Das ist super. Oh, warte mal, da kann ich ja Bella gleich fragen, ob die mich abholen würde. Du, Bella, ich hab mal ne Frage. Wenn ich den Schneedings-Schieber runterfahre, würdest du mich dann wieder einsammeln? Womit denn? Ja, äh, du sitzt da grad drin. Das ist ein Stadtfahrzeug. Das werde ich jetzt zur Stadt runterbringen. Ja, dann, ey, pass auf. Okay, mein Herzblatt, wir müssen uns ein Auto kaufen. Welches wollen wir uns kaufen? Ist mir egal. Du darfst jetzt raussuchen. Du bist die entscheidende. Nein. You are my star in the sky for me. And you so beautiful. I have a little present for you. Please, stop. You can start again later. Durchstecke, 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 flauenbaum. Durchstecke, 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 flauenbaum. Diese Frau scheint auf der ständigen Flucht vor mir zu sein. Es ist absolut nicht normal. Das gibt's ja gar nicht. Das kann ja nicht sein. E-Migel. Da hat einer Landraten draufgeklebt. Ja. Da haben wir sogar Sticker für die Kundschaft. Das ist unser. Hat Harry gekauft, soll ich abholen? Stand auch auf dem Zettel drauf. Auf der Rückseite. Swinker. Unfassbar. Unfassbar. Ich find's schick. Unfassbar. Ja gut, ey, da können wir ja runterfahren und können das Fahrzeug abgeben, oder? Was für ein Fahrzeug? Äh, den Dings hier, den Streuer. Ach so. Ja, da kannst du mich gleich noch mit hochnehmen wieder. Ey, das ist... Ja, klar. Sag mal, hat das ja auch Harald besorgt, das Fahrzeug? Ja, stand auf dem Zettel. Auf der Rückseite. Oh, nee, ey. Ganz ehrlich, ich will mit dir nicht mal reden, wenn der aus dem Flitterwochen wieder da ist. Das sag ich dir aber. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann fahren wir... Oh Gott. 900 Grad Einschlagwinkler ist echt manchmal ganz viel gefährlich für die Arme. Ja, hallo? Ja, ich bin's nochmal, Till. Moin. Hallo, Till. Das freut mich sehr sehr. Ich musste tatsächlich nochmal kurzfristig weg. Äh, ich danke für den Aufenthalt bei euch. Und, ja, Thomas nimmt den Fan nachher mit. Und dann kommt der nach. War mal wieder eine Freude in Schwatzing. Till, es war mir auch eine Freude. War auch schön, dass du deine Mitarbeiter mitgebracht hast. Also, den Herr Schmidt mitgebracht hast. Äh, dass der das auch mal alles gesehen hat und kennengelernt hat. Das ist ja... Äh, wirklich grandios. Ich denke, es ist immer wichtig für eine Geschäftsbeziehung, dass man auch die andere Seite kennt. Richtig. Sehr gut. So, na gut. Gut. Du kommst auch zur Halloween Party, ja, ne? Am Sonntag. Oh, ja. Bin ich dabei. Auf jeden Fall. Klar, weil sie vielleicht mal die Halloween Party entgehen, aber hallo. Ja, gut. Perfekt. Sowas von gar nicht. Gut, Till. Dann danke für die Einladung. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Jo, bitte. Alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. So. Ja, wie gesagt, am Sonntag Halloween Party, das wird auf jeden Fall witzig. Sehr witzig werden. Bin ich sehr gespannt. Äh, gut. Wir geben jetzt nur noch das Maschinchen hier ab und werden dann wieder zurück zum Hof fahren. Und ich muss mal definitiv irgendwie bei Harald nachhaken, was denn... No! Das... Och, nee, ey. Da war übrigens der Hof. Och, nee, ey. Oh, 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 oh. Okay, gut. In diesem Sinne, ähm... Vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Da müssen wir auf jeden Fall mal klären, was der Harald hier für Geschäfte macht. Gut. Ach, lass das Däumchen da. Schaut bei Physi vorbei. Und, äh, bis dahin. Ciao. Gut. Hier.